ja sie wollten ja noch zu unterschreiben gehen ja ja genau heute bis 12 und am montag auch noch ich muss nämlich leichter runter zur gemeinde ja ja super ja sind sie so lieb da steht drin was der horst ist aber sie wissen sie ja ja ich drücke die daumen danke also servus da steckt der schlüssel das ist borisch servus mein flyer vorbeibringen wenn sie mich als kandidaten auf der liste sehen wollen bis heute mittag um 12 ist die gemeinde geöffnet und am montag früh auch noch mal wenn man unterschreibt hat der horst eine chance auf den wahlzettel zu kommen wunderbar danke na das ist doch schön die die anzeige ist drin und das ist jetzt in dürrnbach zumindest mal auch ausgetragen das freut mich ich wollte ihnen meinen flyer geben wenn sie wollen dass ich auf dem wahlzettel stehe als eine alternative müssten es heute oder am montag noch zur gemeinde gehen die sind heute da bis um zwölf und am montag auch bis zwölf alles klar ja alles gute und zwar bis um 12 da siehst das hast du alles lesen wofür da hast du ja ja